So liebe HBW-TV-Zuschauer, wir haben hier nun auch eine ganz wichtige Personale in der Halle rund um den HBW. Personale einer vom Team, vom Technik-Team. Wir haben hier diverse Techniker im Einsatz in der gesamten Halle, die dafür sorgen, dass quasi Technik, Ton, Bild und rund um den Informationsstand Zuschauer, dass alle alles mitbekommen, was hier zu sehen und zu hören ist. Thomas Hennig für die Tontechnik in der Halle, im VIP-Raum, in der Pressekonferenz und überall zuständig, dass hier alles ganz genau so abläuft, dass es für jeden verständlich ist und vor allem dann in Bild und Ton auch aufgenommen werden kann. Thomas, wie lange vor dem Spiel bist du da? Welchen Aufwand musst du betreiben bzw. was umfasst dein Aufgabengebiet? Also ich bin circa zwei Stunden vorher da, zwei, zweieinhalb Stunden und ich sage mal zuerst im VIP-Raum und dann am Schluss hier noch in der Halle für den Tag nach dem Spiel mit dem Spieler, den ja du machst. Und das sind dann die Sachen, wo man dann einfach sagen muss, die müssen anderthalb Stunden, bevor das Spiel angeht, muss es alles erledigt sein. Im Detail, was heißt es ganz genau? Was muss aufgebaut sein? Was muss erledigt werden? Also es sind drüben im VIP-Raum sind es vier Boxen, zwei Funkmikrofone für den Tag und hier sind es zwei Lautsprecher und zwei Mikrofone, wo man da aufbauen muss und dann schaue ich jetzt nachher, jetzt hört man schon im Hintergrund, dass die Anlage nachher in der Halle auch funktioniert, so gut es möglich ist mit dieser Anlage hier. Du sprichst die Anlage an, wir zwei vor allem sind ja hier im Team, die Generationen oder Fans unterstützen als Hallensprecher, immer im Clinch und sagst, ich mache die Anlage kaputt. Woran liegt es denn tatsächlich? Ja, es sind halt einfach ein paar Dinge, wo man vielleicht noch nachrüsten sollte. Es sind zum Beispiel Bassboxen können her für die Musik, gerade für den Einlauf, dass man die Spieler, die Zuschauer richtig heiß machen kann. Und es sind auch oben nochmal ein paar Sachen, wo man noch erneuern könnte oder verbessern könnte, aber wir bringen das bestimmt irgendwann mal mit dem Hörrisch hin. Stellvertretend natürlich für das gesamte Technik-Team Thomas Henne. Ihr seid ein Team mit wie vielen Personen im Technik-Team gesamt, die noch andere Aufgaben übernehmen? Mit sechs Leuten. Und das heißt, also neben Musik gibt es noch einen Bereich, wo andere tätig sind. Was machen die genau? Ja, im Prinzip ist es ja unten für den Schiri-Tisch. Dort sind die Computer und so weiter. Da ist ja die zwei Müllers. Und dann haben wir oben noch jemanden für die Einspielungen, für die Werbesache, vor dem Spiel, in der Pause und nach dem Spiel. Während des Spiels darf man ja leider keine Werbung laufen lassen. Und dann ist unser Max noch. Er macht die Einspielungen nach den Tor-Dringles und so weiter. Und dann sind wir noch zwei Leute, die bauen die Pressetribüne auf. Und das sind eigentlich unser Technik-Team. Technik-Team besteht wie lange oder wie lange machst du das schon oder wie lange bist du schon beim HBB dabei? Also ich war schon dabei in Tübingen. Das heißt, vor drei Jahren, vier Jahren war es gut. Also seit Bundesliga-Zeiten eben beim HBB dabei und sorgt hier für Licht, Ton und Technik in der Halle, um die Halle, außerhalb der Halle, um die Zuschauer entsprechend mit Informationen zu versorgen. Thomas, dir auch. Dankeschön und weiter so. Wir brauchen dich. Und vor allem.